Was geht ab, meine lieben Freunde? Was geht ab? Wir kommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. So, wir gehen jetzt kurz einkaufen. Was geht ab, Tasca? Outfit check. Zeig mal eine schöne Tour. Stark, okay. Deichmann, ne? Nein. Wer hieß denn die? Aberja. Wunderbar, das habe ich geheiratet. Dritte Jacke und... Wow, was für eine geile Tasche. Von wo? Von Roskmann. Wie viel? Was haben die Release gekostet? 50 Kalt. Boah, krank, krank. Wild, wild. Wallerwild, Alter. Jetzt kommen wir zu mir. Hugo Boss, ja? Dann haben wir natürlich eine Maske von Le Vuitton. Und ja, kommen wir zu der Jacke. Wie viel ist dein Outfit wert? Kostet 30 Kalt. Meine Schuhe sind von Isis. 2023, die sind in der Zukunft. Und dann haben wir noch die Hose von Gucci. Stark, du weißt mich nicht. Die hat 250 Euro gekostet. Im Angebot. 70% war die. Normalerweise kostet sie 900 Euro. Und natürlich... Du musst mal meine Jacke zeigen. Die kostet 20 Kalt. Ja, auch im Angebot. Von 40 Kalt. 20 Kalt. Das war 50 Prozent. Und... Die hat 2000... Heute voll das schöne Wetter. Todes, Todes. Maschallah, wirklich. Todes, sehr todes. Ja, Leute. Das war's mit dem Outfit-Check. Wir sehen uns gleich mal. Okay. Okay. Diese Inflation wurde zu ernst genommen. Warte, 4 Euro? Was für ein Kilo bist du behindert? Schatz, haben wir die hier zu Hause? Die haben wir, ne? Lass diese kleine mal nehmen. Wir sind jetzt auf kleine Angelegenheiten. So, es regnet jetzt gerade. Guck mal, Subhanallah, guck mal. Es hat gerade noch... Es war gerade noch am... Ich hab auch oft das Wetter gemacht. Sag doch Marschallah nächstes Mal. Es war gerade richtig sonnig. Und jetzt? Aber voll schön. Ist nicht diese ekelhaft gewesen? Ja. Ist auch nicht so kalt. Nicht ekelhaft, aber es gibt diese unangenehme Regen. Und diese angenehme, wie der hier. Du spürst diese Regen, so Tropfen, so riechend ein, so... Ja, wir waren einkaufen, wir haben Schokoladen geholt. Richtig viele. Ich zeig euch gleich, wie viele wir geholt haben. Wenn wir nächstes Mal einkaufen gehen, nochmal. Dann hol ich noch mehr. Aber alles jetzt nicht für uns, sondern für Marokko. Bis später. Tschüss. So Freunde, wir sind jetzt zu Hause. Jetzt werden wir für Iftar vorbereiten. Wir haben heute auf das gelust. Jo, das werden wir jetzt auch machen. Bis gleich. Ach ja, und nicht zu vergessen, wollte ich euch ja zeigen, was ich eingekauft hab. Sowas mit Gold. Kinderregel, Kinder Country, Kinder Bueno, in Weiß auch noch. Bevor ihr mir gleich ankommt, ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin arm. Das hier, Angebot. Und die Hälfte geschenkt bekommen. So an der Kasse, der meinte, komm, ich hol noch mehr. Ich geb die umsonst. So. Ich hab gesagt, ehrlich? Ich bin reich. Ich bin Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oder wir haben eine halbe Stunde Zeit. Gar kein Bock. Egal. Jetzt chillen wir ein bisschen. Oder ich chill jetzt ein bisschen. Und danach. Ja. Sehen wir uns. Bis gleich. Ciao. Yo, friends. Das war's. Das war's mit dem geilen Video heute. Äh. Ich will mal eine Sache. Eine Kleinigkeit ansprechen. Ich hab gemerkt. In den letzten Vlogs. Haben wir nur das getan. Worauf wir Bock haben. Jetzt überlege ich mir. Wieso machen wir nicht das. Worauf ihr Bock habt. Also. Will ich jetzt eine Sache von euch. Schreibt unter den Kommentaren. Worauf ihr Bock habt. Habt ihr Bock auf ein Kochvideo. Machen wir. Wie heute. Aber ein bisschen so. Nicht diese. Mammur-Sieg im Hintergrund. Nein, Bruder. Da wir reden. Wir sagen. Machen sie eine kleine Brise Salz. Dann bitte einmal Pfeffer. In die Hähnchenbrust. So, weißt du. So. Wir machen das detailliert. Intensiv. Geiles Video. Oder ihr sagt. Keine Ahnung. Schreibt einfach. Schreibt einfach unter den Kommentaren. Worauf ihr Bock habt. Und wir machen das Ding. Wir machen's. Okay. Friends. Ich zähle auf euch. Küss eure Herzen. Ihr wisst wohl. Was jetzt kommt. Da. Ihr wisst. Gönnt euch die Szenen. Macht die Minuten voll. Salam Aleikum. Ciao. Was ist schreit, um was zu sagen? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Okay. Was ist schreit, um was zu sagen? Ja. Was ist schreit, um was zu sagen? É? Ja. Ich weiß. Was ist schreit, um was zu sagen? Ja. Das ist schreit. Ja. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020